Man wusste, was die hören wollen, egal ob das in der Schule war, im Beruf war, sogar eigentlich im Bekanntenkreis, hat man sich sehr vorgesehen, die wahre eigene Meinung zu äußern. Und man hat dann eben palavert und hat im Sinne der herrschenden Ideologie agiert und gesprochen. Und nur bei guten Freunden hat man sich ausgetauscht. So wie zu Anfang gesagt, habe man, sodass man eben auch Fragen gestellt hat und miteinander umgegangen ist. Schlimm war es eigentlich für die Heranwachsenden, die in der Schule dann, ja, Staatsbürgerkunde, das war nichts Wissenschaftliches, nichts Greifbares. Es wurden Thesen mit der These bewiesen. Und da musste man, also ich habe es jedenfalls gemacht, ich habe meinen Kindern gesagt, ihr müsst das erzählen, was die hören wollen. Und dann müsst ihr zur Untermauerung eurer Meinung, müsst ihr dann irgendeinen ND zitieren. Brauchte man nicht gelesen haben. Wir sagten nur nicht die Wochenendausgabe, da ist das Kreuzworträtsel drin und das lesen die Genossen dann auch. Und den letzten Parteitag SED und KPDSU. Das ist auch ganz wichtig. Also die beiden Zahlen musste man sich merken. Und ich habe gesagt, da können die keine fünf mehr geben oder vier. Und meine Tochter ist dann auch mit einer drei durchgekommen. Da ist dann auch mit einer drei durchgekommen. Und ich habe ja auch mit einer drei durchgekommen. Wo soll ich die Abwechslung der Antworten! Was ich heute darüber? Was ich heute hier? Ich war da, dass wir heute hier. Was ich heute mit einem anderen-Greifen?